Alexander Pavlovich lieferte Gegladbach die nächste überzeugende Leistung ab. Der 19-Jährige konnte sogar einen Treffer beim 3-1-Sieg beisteuern, genau wie schon letzte Woche in Augsburg. Dennoch scheint Tuchel einen fitten Kimmich zu bevorzugen, wie der Bayern-Coach auf der anschließenden PK andeutete. Gibt es bei Upa und Kimmich Hoffnung für nächsten Samstag? Ja, das werden wir auf jeden Fall probieren mit Upa und mit Josch. Was ist eure Meinung? Hat Pavlovich schon genug gezeigt, um anstelle von Kimmich in die Stammformation zu rücken?